Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Ja, fragt euch Mittwoch PUBG rum. Ich habe nicht gesagt, dass ich nur samstags PUBG aufnehme. Deswegen kann es auch überall kommen. Und jetzt kommt auch von Herrn Lukas die Anmoderation gleich. Wir spielen mit ihm, wie ihr es sehen könnt. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge PUBG. Es kam länger und kein Video mehr. Wie ihr hört, haben wir einen Gast. Also das heißt, ich bin eher bei ihm. Ich bin eher bei ihm im Staffel. Da kommt wahrscheinlich auch noch ein Vlog. Ja. Man kann uns wahrscheinlich nicht reden hören, weil die Musik einfach zu laut ist. Nö, ich bin nicht. Ja. Ich habe eher gesagt, zu wenig Sound. Wir zocken den Modus Arcade. Ach nein. Obwohl, da war ich Erster. Ich war in beiden Modus schon Erster. Ich kann das nicht, Alter. Ich weiß nicht, wie man zählen sollte. Am besten eine Shotgun mit reinnehmen, würde ich sagen. Für Nahkampf und für Weitkampf. Also wenn du eine Einzelschwaffe nimmst, nimmst du die und eine MP-Gunst. Auch wenn du MP-Munition findest, nimm die immer mit. Weil du dich immer mit dem MP-Gunst. Ich nehme den Modus noch zu tun. Na rein. Das ist das gerade nur ein... Echt? Wenn du auf den Rücken guckst, ist das vorher anders aus. Ich versuche immer zu diesen Häusern dazulaufen. Ich will immer ins Wasser springen. Okay. Ja, bei den Häusern oben... Okay, jetzt müssen wir gleich abspringen. Wohin? Egal. Ich springe abends. Ich gehe zum Brücke, zur Brücke. Frost, denkst du einfach so rum, weil du so ein Lappen. Ja. So. Ich will auf die Brücke. Auf die Brücke? Ich bin einfach von jetzt lächentlich bei der Brücke. Hast du das einfach bei dir kurz so lange hier heißen lassen? Ja. Das hat sich doch im Video damals ewig lang gelandet. Ich war weit unter die Mücke gefallen. Ich bin einfach. Ich bin ein Heim. Es war der Glöwusse ici für einen Flunde, der ich nöpaue. Ich bin einfach,ضеты und stare supporterer. Und haben wir gleich�cenend質. Ich bin einfach eine Twe USA finden hier oben. Auch diecoste creature. Ich bin einfach, dass Sie noch besser dos sind. Er es sagt, dass du nicht mehr auf die Substanz? Ich bin einfach, допATE, in dem PopA recessstum, sie sind sehr gut. durchgemaßend 바�ansucci guter. Wenn er abdagingen sich sch Assist, zum wachsen, erst dergeist er im gjordi mit mit dem die 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 und die der Schöpfung das ist das die Ich hab die auch, ich hab die auch. Ja, dass er bei mir pennt, das ist eigentlich kurzfristig gewesen, also nein, also, wir nehmen uns am Samstag auf, Rotpunkt Visier, endlich, ich hab ein erstes Koffer, also das große Mediket. Und das ist eine Medizion, ich hab ein, dann muss das auch schließen, 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 wo? Von mir, von mir, von mir, irgendwo, da seh ich nicht. Oh, zone, 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 oh? Ich komm nicht aus dem Fenster, ich komm aus dem Fenster, ah, drin. Warum springst du eigentlich aus dem Fenster raus? Ich bin da zu weit weg gewesen. Ich laufe jetzt schon mal in die nächste Zone. Achtung vor dir ist es irgendwo ein Geknack. Ich weiß. Ich habe das ja gerade gesehen. Ich muss mich schlecht hinlegen. Ach, scheiße, ich habe keine Begarten. Von dem Haus, von dem Haus, von dem Haus. Ich habe nur ein bisschen weiter richtig groß geblieben. Ich habe auch jetzt Angst, dass ich gehöntet werde. Hast du Bandagen? Ja, ich komme zu dir. Da bist du. Wir gehen das Haus, gehen das Haus. Das rote Haus, geht da rein. Ich bin hier bei dir. Hier bin ich. Automatisch, du bist nicht so. Ich komme rein beim Blumenhaus. Wie macht man das? Hier. Ich bin immer toll, ich mache dir, danke. Das ist mir auch gerade, Ante. Ja, das habe ich gemacht. Lenkt ab. Geh mit der Zone in die Zone an. Ich erst auf. Okay, weiter. Los. Hey, die Zone ist verdammt schnell, ne? Ja. Also, man hat die Zeit nicht vorhin schon vorbei. Ja, das ist, weil die Zone so klein ist. Okay. Das war noch mal eine Minute. Ja, aber die Zone ist schon vorbei. Ich habe zehn Bandagen weitere. Keine Sorge. Scheiße, den Krieg. Äh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, die Zone. Die Zone hat dich getötet. Ja. Das ist echt nicht tot. Ich wurde getötet. Ich auch. Ja, ich hatte schon mal besser Runden. Fünfter. Aber, fortfahren würde ich drücken. Ähm, ich war fünfter Dua. Ja. Lobby. Ich würde sagen... Noch eine Runde. Noch eine Runde, ja. Okay, diese Diegel, das ist, glaube ich, eine Sniper. Das war jetzt eine... Ich hatte eine Sniper mit, wie sie nur das Problem ist, weil die Zone auf einmal die ganze Zeit kam und ich Schaden geprüft habe die ganze Zeit. Ja, aber hast du dich nicht vollgereicht? Hab ich, ja. Stimmt. Das dauert ja immer, bis es voll ist. Ja. Also morgen wird wahrscheinlich auch noch ein Video kommen, wie wir Raupe fahren oder Autos gefahren. Wir haben nämlich 70. Also nicht. 70 haben wir gehabt, ne? Ja, 75. Du circa, ja. Nicht 35, du 40. Ja. Äh, davon haben wir heute 45 Euro ausgegeben. Wo war das? Äh, wir hatten heute was? Ich hab 35 mit. Du hast einen 10er mitgenommen. Wir haben 40 ausgegeben. 5 haben wir behalten. Ja, stimmt, 5 haben wir behalten. Das heißt, morgen haben wir noch genug Geld. Ja, und dann geh ich noch zu meinem Konto. Ja. Start. Ja, ich hab mir behalten. Okay, 53% Akku hab ich nur noch. Poggy zieht so viele Akku runter. Okay, bei mir nicht. Ja, aber ich hab älteres Handy. Das sind ja Akku müssen. Stabilisieren, wie gesagt, oder wie es ist. Stabilisieren, wie gesagt, oder wie es ist. Stabilisieren, ja. Schnitt ins Wasser laufen. Hast du bei mir Flugzeugmodus drin gemacht? Bei dir? Nee, gar nicht. Das geht gar nicht, dann könnten wir nicht spielen. Nee, weil du irgendwas mit Flugzeugmodus drin gesagt hast. Äh, okay, wir haben auf jeden Fall einen anderen Ort. Ja. Wir nehmen das Haus, was einzeln ist. Ja, okay. Du hast so ein bisschen abgetrennt, das ist eine Stadt. Wo ich gerade auf jeden Fall hinflieg. Wo ich gerade auf jeden Fall hinfliege. Wo ich gerade auf jeden Fall hinfliege. Warum hast du schon getestet? Jetzt erst. Okay. Er hat das hier. Bitte. Ja. Er hat den Reifull. Hm. Es war nachher. und endlich das ist man durch den Boden fällt wo das recht seit dem Update Schmerzmittel es ist geil ist geil Okay, bald, dann darf ich noch jeden Fall schon mal. Ja, komm mal dran. Hast du das zu bleiben? Ja, ich hab nur ein paar gegangen. Willst du? Hm, so. Mit Munition, ne? Ja, musst enrollment machen. 15 Schuss, das geht mit einem Reden. Was ist das 不要 content? Aber das läuft irgendwie flüssiger seit dem... ...ko ich das letzte Mal gespielt hab. Nein, wie so? sie die 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 ich sie das ist das der so lange sind wir auch schütze auf mich auf dich? jo oh nice der Eil ist tot ich krieg da Hilfe der ist jemand der hat mich gesehen hat ich bin grad hinter einem hey da kommt jemand schütze auf mich ich soll die meinen der ist tot ja was soll ich machen wenn der Schnellschusswaffe hat mich sieht und ich bin tot dein Teamkameraden geht noch was geht nö was soll ich machen ey okay das ist nicht falsch ich bin gezielt zielen scheiße keine money also warte du war einfach Brust beschlagen warte 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 noch eine Runde ich hab wieder B was B äh das den können sagen B keine Ahnung warte und warte 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 bei meinem WLAN zeichnet nur ein roter Punkt ich hab voll ich kapiere mein Handy nicht warte 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 das ist echt durchgehend so hast du Brunze 2 du hast du Brunze 6 Brunze 4 zeig mal Brunze 6 5 nein 5 ist 1er ja und das ist ein Strich davor das heißt bist du 4 oder 6 4 äh und scoret bist du 5 so die YouTuber nein ich wollte nicht rausgehen ich lagen die wir sind einfach in der Gruppe die YouTuber ok aber von mir kannst du bleiben genau die Runde ist halt über 15 Minuten wo soll der sein ach wie wird ich kurz sein wer wird abguck 90 ach ok ich spiel auch schnell raus nicht gut du wirst an dem Spiel auch ich muss ins Wasser würd ich noch was auf oder noch geht der nehme ich noch auf ok gehen wir aber noch los Wir haben uns vor, dass wir uns so sehr gut. Ich bin der Wir haben ein paar Jahre, doch noch eine Frau. Er ist ein paar Jahre. Ich bin von mir, ich bin. Ich bin ein paar Jahre. 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 Das ist echt nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie ein Junge mit dem Fallschirm so schnell nach unten kommt. Sieht recht aus, wie ein Mann war. Ich zeige euch, dass du da nahe, die ich mache. Oh nein, das ist ein Sniper. Ich habe mir auch voll viel gebracht, in die Zone rein zu gehen. Spätmittel und nur noch weiter. Ja, 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 das ist ein Sniper. Ich habe einen Sniper, ich bin das so toll. Oh, die Zone ist einfach so richtig gut berufen. Vor uns sind da wirklich welche. Hast du ihn? Oder bist du ihn wieder aufgeregt? Nein. Sag mir, dass du das nicht gescheitert hast, dass du das nicht gescheitert hast. Ich habe jemanden gekriegt. Der war da so vor mir. Er bewegt sich nicht, nein. Brauchst du ein Sniper? Du bist ein Sniper. Oh, geht aber nicht. Ich bin da nicht immer. Ich soll mich mal Richte mitnehmen. Ich habe jetzt irgendwo versteckt, dass er läuft. Du läufst einfach weg. Wir haben noch drei Sekunden, bis die Zone kommt. Schnell. Also pass auf, irgendwo ist alles ein Ding gewesen. Ich habe nötig, dass du das nicht gescheitert hast. Hier ist ein bisschen direkt, dass du auch... Ich kann nichts, was ich sehen würde, ist... Okay, einfach renn jetzt, renn einfach. Wir müssen einfach... Da unten krabbelt jemand, nee. Ja, doch, der wird bewusstlos gemacht. Ja, von dem, der daneben irgendwo ist. Ja, da hinten. Außer der Zucht. Ich habe jetzt einen Blick auf, der sie nicht mehr. Ich habe ihn auch nicht mehr. Das ist ein bisschen mehr. Ja, es ist ein bisschen mehr. Wir müssen jetzt noch mal. Ich habe das jetzt noch ein Kabel. Ich habe ihn da. Ich habe ihn, wenn es einen Kabel. Und er hat er so ein Kabel. Und er hat er so ein Kabel. Möchtest du ihn? Der macht ihn schon drei! Der legt ihn auf der Erde umsonne. Hochschule 2 Hier, äh, da wo, ähm, dieser Funk, der Stromturm ist, das ist einer Da, wo der Stromturm ist Okay, da geh ich noch Geh ich auch nicht hin Warte, wie viel leben noch? 16, okay Achtung, du kommst dich zu Wo? Wann? Am Stromturm, ein bisschen weiter vorne Ich treffe ihn Der, da hinten Wo ich da gerade hinkomme Das ist der Stromturm Ja, da, der ist dahinter, genau Ich hab ihn Ich hab ihn geholt Ich geh zu ihm, ich geh zu ihm, ich los ihn Ach, da hinten, in der Zone ist auch noch einer Müsst du dich gesehen haben Ja, er legt dich hin, der hat dich gesehen Ich seh ihn nicht mehr Hier, da Da, da irgendwo Da, hat er sich hingelegt Oh, die Sonne kommt, scheiße Ich bin tot Was? Gewandet Ja, verpacken wir Ich seh da, wo du bist Irgendwas tot Der hat mich gewandet Schmerz Ich hab den einen auch gewandet Zweimal gewandet Gute Gute Ne gute Waffe Ich seh ihn nicht bei dir Hast du einen Schnellschuss oder Sniper? Äh, ich hatte so einen Einzelschuss Okay, das ist gut Den kann ich besser in den als den Sniper Aber die braucht ewig, also könnte es Sniper sein Bist du in der Zone richtig drinnen? Ja Töne den einfach Ich hab ihn grad aus dem Arzt Aber ich bin eh wahrscheinlich besser als du, weil ich hab drei Kills Oder viel, weiß ich nicht Da, ja Er hat sich bewegt, ne? Ja Ach Wo ist denn wohl? Hm Irgendwo vorm Haus Ist jemand Schon mal so ein Schnellschuss Achtung, Zohne Ich bin da drin Da Hast du ihn gesehen? Ja Der kommt da glaub ich gleich raus Von der Mauer Da auf, auf dem Turm Auf welchen? Ach, auf dem dann? Ja Guck, da ist er Der da? Ja Ja Niedergestreckt Das ist tot Sniper sind gut Noch einer ist am Leben, oder? Oder zwei, ich weiß nicht genau Äh, ich seh's nicht Ich bin genau an der Zone Also ich weiß jetzt nicht, wie's hier gemeint ist bei Ich hätt' ihn Das ist ein Dies zu sehen Hätt' sich gut erwischt Ach nee, aber es legt rum Ach du чтобы rumgelegt, ich kann nichts machen Ich wollte rausgehen, aber er legt sich das aber das ist jetzt im Fall 15 21 oder 22 okay freundlich würde sagen es war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst auch ein Like an Aura, falls ihr es nicht getan habt und wenn ich jetzt auch nicht schlau ja und tschau